Moin Bürger, willkommen bei Schulterklatze. Es ist mal wieder ein Event, es kommt jetzt häufiger vor. Es ist ein Endgegner da, schon wieder, schön, zum Wochenende. Und zwar der Fußballfan. Von Fairplay kann man beim Mundgeruch dieses Kameraden nicht die Rede sein. Er schreit lauter als dein Ausbilder und wenn er klatscht, fallen Marschflugkörper vom Himmel. Er entdeckt dich in der Menschenmenge beim Public Viewing. Er spricht von Ballkontakt, doch du hast Feindkontakt. Wow, gegen Fußball, das ist ja Wahnsinn. Aber ja, jeder kennt diese Fans, diese nervigen Fans. Klatsch. 240.000 Credits, extra Schmuddelheftchen, ja das Übliche, wie immer. Schön, ich hatte auch gar nicht viel Zeit, weil heute bei diesem geilen Wetter wird gegrillt. Schön angrillen, das Jahr noch. Muss sein. Na dann, ich hoffe ihr macht auch was Schönes, da habt was Schönes gemacht. Schönes Wochenende noch, Restwochenende. Und dann schön starten die neue Woche. Wir sehen uns beim, wie es aussieht, bald nächsten Event oder Endgegner. Bis dahin und ciao. Ciao.